Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Videodokumentation MyEngine Basis. In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie Ihren persönlichen Arbeitsplatz anpassen können. In dem ersten Kapitel erklären wir Ihnen das Rollencenter. Das Rollencenter stellt alle Informationen, die Sie für die tägliche Arbeit brauchen, dar. In jedem Register sind verschiedene Informationen hinterlegt. Zum Beispiel im Register Meines Serviceaktivitäten sehen Sie, wie viele Angebote, Aufträge und offene Rechnungen vorhanden sind. Will man zum Beispiel die Angebote in einer Liste sehen, braucht man nur auf den Stapel Angebote zu klicken. Danach werden die Angebote in einer Liste dargestellt. Mit dem Button Rollencenter gelangen Sie wieder zurück zum Rollencenter. Will der Serviceberater einen neuen Werkstattauftrag eröffnen, braucht er nur auf Neuer Werkstattauftrag zu klicken, die Werkstattauftragskarte zu befüllen und auszudrucken. Danach kann er die Status der laufenden Werkstattaufträge kontrollieren. Außerdem gibt es in der MyEngine eine Integration von Microsoft Outlook, um nicht zwischen MyEngine und Outlook hin und her springen zu müssen.